Ein düsteres Geheimnis. Der Regen prasselte unablässig gegen die Fensterscheiben des verlassenen Herrenhauses, als Detective Alex Turner seinen Wagen vor der verwitterten Tür parkte. Ein greller Blitz erhellte den düsteren Himmel, gefolgt von einem tiefen Donnergrollen. Turner zog seinen Mantel enger um sich und eilte zur Tür. Er klopfte dreimal und nach einem Augenblick öffnete sich die Tür langsam. Der Hausmeister. Kann ich Ihnen helfen? Guten Abend, ich bin Detective Turner. Ich untersuche das plötzliche Verschwinden von Sarah Williams. Sie hat hier gewohnt, nicht wahr? Ja, das hat sie. Aber ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Turner betrat das Herrenhaus, das von einem beunruhigenden Schatten umgeben schien. Der Holzboden knarrte unter seinen Schritten, während er sich durch den Eingangsbereich bewegte. Er durchsuchte jeden Raum sorgfältig. Sein Blick fiel auf alte Möbel, verstaubte Teppiche und vergilbte Fotografien, die an den Wänden hingen. Als er sich im Obergeschoss umsah, hörte er plötzlich ein seltsames, flüsterndes Geräusch, das aus dem Keller zu kommen schien. Wer ist da? Die Tür zum Keller öffnete sich langsam und ein unheimliches Flüstern drang hervor. Turner zog seine Taschenlampe heraus und trat vorsichtig die knarrende Treppe herunter. Der Keller wirkte düster und verlassen. Der Schein der Taschenlampe enthüllte verstaubte Regale, leere Kisten und ein schäbiges Sofa. In einer abgelegenen Ecke entdeckte Turner ein altes Tagebuch, das auf einem verstaubten Tisch lag. Mit zittrigen Händen schlug er es auf und las die verblassten Seiten, auf denen die Gedanken und Sorgen von Sarah Williams festgehalten waren. Tagebucheintrag Gabriel sagt, dass er einen Ausweg gefunden hat, einen Weg, unser Glück zu sichern, egal was es kostet. Turner starrte auf die Worte, während ein düsterer Ahnung in ihm aufstieg. Es schien, als würde er endlich auf etwas stoßen, das ihm half, das Rätsel, um Sarah Williams zu lösen. Zurück in seinem Büro verbreiteten die Seiten des Tagebos eine geheimnisvolle Atmosphäre. Turner saß an seinem Schreibtisch und studierte die Einträge eingehend. Die Verbindung zwischen Gabriel und einem unerklärten Mordfall wurde immer deutlicher. Sarah hatte mehr gewusst, als sie preisgegeben hatte, und es schien, als ob sie in ein Netz aus dunklen Geheimnissen verwickelt war. Turner ließ seinen Blick durch den Raum schweifen und fragte sich, ob das verlassene Herrenhaus der Schlüssel zur Wahrheit war oder ob er noch tiefer graben musste, um was rauszubekommen. Entschlossen, mehr über Sarahs Vergangenheit herauszufinden, machte sich Turner auf den Weg zu ihrem Elternhaus. Ein Gefühl von Unbehagen begleitete ihn, als er vor dem schlichten Haus stand. Nachdem er geklingelt hatte, wurde die Tür von einer nervösen Frau geöffnet, die sich als Sarahs Mutter vorstellte. »Detektiv Turner, kommen Sie rein!« Im Wohnzimmer sitzen sie sich, und Turner begann vorsichtig zu fragen, ob Sarah irgendwelche Veränderungen in ihrem Verhalten gezeigt hatte, bevor sie verschwand. Die Mutter zögerte, schien jedoch erleichtert, als sie schließlich sprach. »Sie hatte Angst, Detective. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Sie hatte mir nie erzählt, wovor genau.« Während des Gesprächs entdeckte Turner eine verschlossene Tür am Ende des Flurs. Sarahs altes Zimmer. Turner stand vor der Tür zu Sarahs altem Zimmer und spürte eine unerklärliche Spannung in der Luft. Als er die Tür öffnete, überwältigte ihn ein Gefühl von Nostalgie. Das Zimmer wirkte, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ein antiker Schreibtisch, ein Bücherregal voller vergelbter Romane und ein Bett mit einem verblassten Überwurf. Sein Blick fiel auf einen alten Schreibtisch, und als er die Schubladen durchsuchte, stieß er auf einen versteckten Abschnitt. Er fand einen USB-Stick und nahm ihn vorsichtig raus. Zurück in seinem Büro steckte Turner den USB-Stick in seinen Computer. Ein verstaubter Ordner öffnete sich, und er stieß auf Dateien, die auf eine geheime Organisation hinwiesen. Die Dateien enthielten Informationen über illegale Aktivitäten, Geldwäsche und Erpressung. Es schien, als wäre die Organisation in die höchsten Ebenen der Gesellschaft infiltriert. Während er die Dateien durchsah, erkennte Turner plötzlich, dass er sich in großer Gefahr befand. Er hörte verdächtige Geräusche vor seiner Tür und wusste, dass er verfolgt wurde. Detective Miller, ich brauche dringend Hilfe. Ich bin in meinem Büro. Bleiben Sie ruhig, Alex. Ich bin sofort unterwegs. Turner schaltete sein Computer aus und eilte aus dem Büro. Sein Herz schlug schneller, während er sich in einem verlassenen Lagerhaus versteckt, um auf Millers Unterstützung zu warten. Die Minuten verstrichen und schließlich hörte Turner Schritte. Er zog seine Waffe und bereitete sich auf das Schlimmste vor. Doch als die Tür aufging, stand Detective Miller vor ihm. Alex, bist du in Ordnung? Ja. Aber wir müssen vorsichtig sein. Ich habe Beweise gefunden. Beweise über eine mächtige Organisation, die in dunkle Geschäfte verwickelt ist. Miller nickte und sie begannen zu planen, wie sie die Organisation infiltrieren und Beweise sammeln könnten. Turner und Miller setzten alles dran, die Wahrheit aufzudenken. Sie arbeiteten in dem Verborgenen, sammelten Informationen und schafften es schließlich in eine geheime Versammlung der Organisation einzudringen. Sie hörten Gespräche über illegalen Handel, Erpressung und politische Manipulation. Doch als sie entdeckt wurden, brach Chaos aus. Die Mitglieder der Organisation wurden misstrauisch und eine Verfolgungsjagd begann durch enge Gassen und dunkle Gassen. Turner und Miller schafften es, Beweise zu sichern, aber sie wussten, dass sie noch tiefer graben mussten, um die Wahrheit vollständig aufzudenken. Turner und Miller setzten ihre Ermittlungen fort und fanden schließlich den Anführer der Organisation. Als sie ihn mit den Beweisen konfrontieren, schwankte seine Fassade der Überlegenheit auf einmal. Sie wissen nichts über die Komplexität unserer Organisation. Sie sehen nichts als Ameisen. Sie versuchen, den Ozean auszutrocknen, mein Lieber. Doch Turner und Miller ließen sich nicht einschüchtern. Sie enthüllten, dass Gabriel, Serras Geliebter, gegen die Organisation rebelliert hat. Mit den Beweisen in der Hand gelang es Turner und Miller, die Organisation zu entlarven. Sie übergaben die Beweise der Justiz und Mitglieder der Organisation wurden sofort verhaftet. Die Wahrheit über Serras Verschwinden und die dunklen Schatten der Vergangenheit wurden endlich enthüllt. Während Turner vor dem verlassenen Herrenhaus stand und die Sonne allmählich hinter den Wolken hervorkam, spürte er eine Mischung aus Erschöpfung und Erleichterung. Die Vergangenheit war aufgedeckt worden und die Zukunft lag vor ihm. Eine Zukunft, frei von den Schatten der Vergangenheit. Er hoffte, dass Serras Geschichte endlich Frieden finden würde und dass Gerechtigkeit für all die Dunkelheit, die verborgen war, geschehen würde. Nach der Konfrontation mit dem Anführer der Organisation fühlte sich Detective Turner noch immer getrieben, die Verbindung zwischen Gabriel, Serra und der Organisation weiter zu ergründen. In Serras altem Zimmer stieß er auf einen versteckten Brief, der zwischen den Seiten eines alten Buches verborgen war. Es war offensichtlich, dass es ein Liebesbrief war, von Gabriel an Serra geschrieben. Meine Liebe Serra, unsere Liebe ist wie ein verbotener Traum, der uns zusammenführt und doch auseinanderreißt. Ich werde alles tun, um dich zu beschützen, egal was es kostet. Turner stellte fest, dass die Liebe zwischen Serra und Gabriel tief und aufrichtig war, aber auch von Gefahr und Verlust überschattet wurde. Er spürte, dass er der Wahrheit immer näher kam. Turner beschloss, Gabriel zu finden und von ihm her über die Verbindung zur Organisation, um Serras Verschwinden zu erfahren. Mit Millers Unterstützung begann er, alle verfügbaren Informationen über Gabriel zu sammeln. Sie fanden Hinweise darauf, dass Gabriel einst selbst Mitglied der Organisation gewesen war, aber dann ausgestiegen ist, um Serra zu beschützen. Doch seine Vergangenheit schien ihn entgolten zu haben. Mit jedem Puzzlestück, das sie enthüllten, wurde das Bild der Organisation immer klarer. Sie operierte im Verborgenen, hatte Hände in vielen Bereichen der Gesellschaft und agierte wie ein unsichtbarer Schatten, der alles kontrollierte. Die Mitglieder waren skrupellos und schienen von nichts zurückzuschrecken. Gabriel enthüllte weitere Beweise, die er gesammelt hatte. Dokumente, E-Mails, Aufzeichnungen. Sie erzählten von den illegalen Geschäften, von Erpressungen und Manipulationen. Als Turner die Beweise durchging, wurden ihm klar, dass sie genug hatten, um die Organisation zu stürzen und die Dunkelheit zu vertreiben. Gabriel enthüllte weitere Beweise, die er gesammelt hatte. Dokumente, E-Mails, Aufzeichnungen. Sie erzählten von den illegalen Geschäften, von Erpressungen und Manipulationen. Als Turner die Beweise durchging, wurde ihm klar, dass sie genug hatten, um die Organisation zu stürzen und die Dunkelheit zu vertreiben. Sie arbeiteten Tag und Nacht, um den Fall vorzubereiten. Sie sicherten Zeugenaussagen, sammelten Beweise und bereiteten sich auf den großen Schlag vor. Schlag vor. Der Tag der Konfrontation nährte sich. Turner, Miller und Gabriel standen vor der Herausforderung, die Organisation zu Fall zu bringen. Sie wussten, dass es gefährlich werden würde, aber sie waren bereit, für die Wahrheit zu kämpfen. Die Enthüllungen der Organisation wurden der Öffentlichkeit präsentiert. Medien griffen die Geschichte auf. Menschen erhoben ihre Stimmen gegen die Unterdrückung. Die Dunkelheit der Organisation begann zu bröckeln. Der Showdown mit der Organisation war intensiv und gefährlich. Es kam zu Verfolgungsjagden, unerwarteten Wendungen und gefährlichen Konfrontationen. Doch Turner, Miller und doch Gabriel geben nicht auf. Mit ihren Beweisen und der Unterstützung der Öffentlichkeit gelang es ihnen, die Führung der Organisation zu stürzen und ihre kriminellen Machenschaften offen zu legen. Am Ende fühlte Turner eine Mischung aus Erschöpfung und Triumph. Die Dunkelheit war besiegt, die Wahrheit ans Licht gebracht. Sarahs Verschwinden war nicht umsonst gewesen. Es hatte den Weg für Gerechtigkeit gegeben und die Macht der Organisation gebrochen. Und während die Sonne langsam hinter den Wolken hervorkam und die Dunkelheit vertrieb, wusste Turner, dass die Schatten der Vergangenheit endlich verblassten, um Platz für eine hoffnungsvolle Zukunft zu machen. Jetzt auch immer wieder ab. Untertitelung des ZDF, 2020